Liebe Chefs, es muss nicht immer schlechter Kaffee sein. Tut euren Mitarbeitern noch mehr Gutes. Darf ich euch vorstellen? Eure neue Kaffeeköchin, die Mini-Bona 2. Guter Kaffee kann so einfach sein. Für die Praktikanten müsst ihr euch jetzt was anderes einfallen lassen. Und so kompakt, dass ihr sie sogar im Urlaub mitnehmen könnt. Meine Mini-Bona 2, meine Süße.